Ich bin schon so nicht froh, aber... Nicht ängstlich... Ruhig! Seid mal leise! Und wenn Fürth bevorsteht, kann man die Klammer einfach auflösen. Na, du bist noch ein Problem! Ah, ja. Drei, fünf... Drei, fünf... Drei, fünf... Drei, fünf... Lass dich jetzt mal. Ich muss ein wenig festmachen... ... 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 Nein, 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 nein. ich bin die Klinik Prozent Prozent und was machte er Kurs Copyright, ja. Wieso, der Glenn eigentlich ist doch hin. Der Glenn. Besser hart. Ein Glenn. Lass doch doch vor. Mit wem? Oder denn? Ich? Der andere ist. Oh, komm doch. Da kommen die Gerüchte. Der andere ist... Der ... Der schöne, die wir hier sind. Ich bin jetzt in Ordnung. Ich muss eigentlich mal gut denken. Ich muss jetzt hier mal gut denken. Ich versuchte, man schaffst du dich schon her. Oh! Oh, 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 oh. Ich versuchte hin. Oh, 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 oh... Ich versuchte hin. Oh, 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 oh. Die 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 die